Hallo, hier ist Marc Forster und das hier sind die Saturn Moments mit mir und meinem neuen Album Liebe. Einmal, wie als ich Laura in mein Zimmer hockte, mein Herz wie wild pochte, weil sie mich wirklich mochte, wie wir durchs Kaff rannten, wie Bekloppte, mit Tequila-Shots drin und zu dritt, an die Ampel kotzten. Einmal, wie als ich Paragrafen... Lustigerweise ist vor ganz wenig Leuten meistens viel aufregender als vor ganz vielen Leuten, weil es hat irgendwie gar nicht so einen Bühnen- und Konzertcharakter, sondern es war eher wie so eine Therapiestunde, man sitzt da eigentlich mit, ich weiß gar nicht wie viele Leute, es waren 15, 20 Leuten und sieht dann so die Reaktion von jedem Einzelnen und so. Ich finde das Album war sehr persönlich von den Texten her und mag super sympathisch und ja, total authentisch, hat mir Spaß gemacht. Sich alles dreht und sich verschiebt, weil's nix Größtes gibt. Nicht immer, wenn ein großer Moment vorbei ist, weiß ich auch gleich, Mann, das kommt nie mehr so. Nicht immer, wenn ein großer Moment vorbei ist, weiß ich auch gleich, Mann, das kommt nie mehr so. Doch was ich weiß, ich trag ihn für immer bei mir und nur mit drin, kann ich ihn wiederholen. Und dadurch ist es noch mehr wert Und ich war da zum Glück Danke Saturn Moments.